Weil jetzt nämlich, wie du gesagt hast, mit Teams verändern sich ja, ist mir natürlich auch einer unserer favorite Stichwörter, nämlich Onboarding, in den Kopf gekommen, was natürlich auch Führungsaufgabe ist. Also man muss sich ja um diesen Onboarding-Prozess kümmern und man kann nicht erwarten, dass neue Teammitglieder sofort verstehen, wie Priorisierungen funktionieren in einem neuen Team und in einem neuen Projekt. Das heißt, das ist auch irgendwie das Schöne daran, dass es halt eine sehr vielfältige Arbeit ist oder es ist eine sehr vielfältige Position, diese Führungsposition. Und da muss man, glaube ich, vor allem als neuer Führungskraft oder junger Führungskraft, muss man sich einerseits dessen bewusst werden, dass es vielschichtig ist und dynamisch ist, auf der anderen Seite darf man sich davon nicht einschüchtern lassen, weil alles erlernbar ist. Also das sind alles Dinge, die mit Erfahrung besser werden und, das versuchen wir in diesem Podcast irgendwie auch zu machen, also so ein bisschen einen Blick drauf zu werfen und irgendwie ein Bewusstsein dafür zu schaffen, welche dynamischen Felder es gibt, damit man das eben lernen kann. Also das sind ja Dinge, die haben wir ja teilweise selber on the job lernen müssen und dann irgendwie durch Literatur mitgelernt und lernen wir noch immer in unseren Jobs auch selber dieses dynamische Feld und diese ganzen Kompetenzen. Also das Schöne ist dann, dass man hier mit dem richtigen Mindset sehr viel leisten kann, nämlich dieses lernende Mindset, dass ich weiß, es gibt viel zu tun, ich möchte gut werden darin, ich möchte mein Team voranbringen und ich werde nie auslernen. Ich werde nie auslernen, eine gute Führungskraft zu sein, sondern das ist eine Kompetenz, die sich stetig erweitern kann und auch mein Führungsverständnis sich vermutlich anpassen wird über die Jahre. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!